In der Übung 10 schauen wir uns an, wie wir diese Artikelliste richtig sortieren können und wie wir Tabellenblätter kopieren und Tabellenblätter umbenennen können. Unten in der Beschreibung zum Video findet ihr wieder dieses Übungsdokument zum Herunterladen. Ich würde mich über ein Like freuen und über ein Abo und wenn ihr computerkurs.com zum Üben verwendet. So, schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir haben hier auf dem Tabellenblatt Artikelliste eine Artikelliste, die mit Artikelnummer, Artikelname, Mindestbestand, Bestand, Preis pro Stück und Warenwert unterteilt ist. Und vorne haben wir entsprechend die Artikelnummern, Monitor, Mindestbestand, Bestand, Preis pro Stück und den Warenwert. Jetzt ist es so, ihr müsst euch das vorstellen, je nachdem wer auf diese Liste schaut oder diese Liste sich genauer unter die Lupe nimmt, interessieren ihn andere Sachen. Derjenige, der im Lager arbeitet, weiß zum Beispiel im Gang 1 sind alle HW für Hardwarekomponenten gelagert, im Lager 2 sind alle SW für Softwarekomponenten gelagert. Der will diese Artikelliste sortiert sehen nach Artikelnummer, dass er weiß, wo was zu finden ist. Wenn ich jetzt sage, ich bin der Geschäftsführer und ich will zum Beispiel wissen, was haben wir am meisten im Bestand, was geben wir vielleicht in ein, zwei Flugblättern in die Werbung, dass sie abverkauft werden können, dann interessiert mich hier eine Liste nach Bestand, dass ich die größten Bestände reduzieren kann. Wenn ich sage, ich bin ein Versicherungsvertreter, interessiert mich vielleicht, was ist das teuerste Produkt im Sortiment oder was ist der höchste Warnwert, der auf Lage ist und sind wir richtig versichert etc. Das heißt, hier versteht man ganz schnell, je nachdem wer auf diese Liste schaut, interessieren ihn andere Sachen. Der andere will es nach Artikelname sortiert haben, dass er alle Monitore nacheinander sieht, alle Programme und so weiter und so fort. Und wir schauen uns jetzt an, wie wir das am einfachsten bewertstelligen können. Auf der rechten Seite seht ihr auch schon die Aufgaben. Erste Aufgabe, errechnen Sie in der Zelle F4 den Warnwert mit der Formel D4 mal E4. Das heißt, wir sind in der Ergebnisszelle drinnen in F4. Wir sollen mal rechnen, das heißt, wir sollen selber eine Rechnung vornehmen. Wir starten die Formel somit mit einem Plus. Plus D4 mal E4 und bestätigen mit Enter. Kopieren Sie die Formel von F4 in die darunterliegenden Zellen bis F35. Wir können dann diese Liste oder dieses Ergebnis nehmen und am rechten unteren Eckpunkt mache ich gerne einen Doppelklick, kontrolliere aber, ob das bis zur Zeile 35 entsprechend fortgeführt worden ist, ist passiert. Also perfekt. Der dritte Punkt, erstellen Sie eine Kopie vom Tabellenblatt und fügen Sie diese Kopie an letzter Stelle der Arbeitsmappe ein. Da muss ich kurz erwähnen, wenn ihr sagt, ihr wollt so eine Liste kopieren, bitte gewöhnt es euch ab, das irgendwie so zu markieren und einzufügen. Wenn ihr das so macht, wird euch ziemlich sicher die Formatierung nicht übernommen werden. Die Spaltenbreiten werden anders sein und ihr müsst das im Prinzip wieder so formatieren. Die Inhalte werden natürlich übernommen, aber sehr, sehr viel Arbeit bei solchen Listen ist halt nicht nur der Inhalt, sondern auch die richtige Breite von den Spalten zu finden und so weiter und so fort. Was wir also hier machen sollen, ist, wir sollen eine Kopie einfügen an der letzten Stelle von der Arbeitsmappe. Hierfür gehen wir einfach unten auf unsere Artikelliste und drücken auf dem Tabellenblatt Artikelliste die rechte Maustaste und dort gibt es die Funktion Verschieben oder Kopieren. Wenn wir auf Verschieben oder Kopieren klicken, öffnet sich dieses Fenster. Dort könnten wir sagen, wir wollen es nicht in diesem Dokument drinnen haben, sondern in einer neuen Arbeitsmappe. Wollen wir aber nicht, wir wollen es in diesem Dokument haben. Es soll ans Ende gestellt werden. Fügen Sie diese Kopie an letzter Stelle Ihrer Arbeitsmappe ein. Und dass es eine Kopie ist, müssen wir hier unten noch Kopie erstellen, anhakeln. Wenn wir auf OK drücken, sehen wir jetzt unten, wir haben eine Artikelliste 2 dort und beim vierten Punkt steht auch schon dort, ändern Sie den Namen vom neuen Tabellenblatt auf sortiert nach Preis. Also, Doppelklick auf Artikelliste 2, sortiert nach Preis. Mit Enter bestätigen oder hinausklicken, dann ist dieses Umbenennen abgeschlossen. Ihr könnt jetzt auch rechte Maustaste am Tabellenblatt und dort umbenennen. Ich bevorzuge aber den Doppelklick. Der fünfte Aufgabenpunkt, erstellen Sie eine Kopie vom Tabellenblatt Artikelliste und fügen Sie diese Kopie an letzter Stelle Ihrer Arbeitsmappe ein. Also auch hier noch einmal auf Artikelliste, rechte Maustaste drücken und dort auf Verschieben oder Kopieren. Es geht wieder ein Fenster auf, dort sollen wir es wieder an die letzte Stelle von der Arbeitsmappe stellen, ans Ende stellen und eine Kopie. Mit OK bestätigen, dann haben wir hier hinten jetzt die neue Artikelliste wieder drinnen und beim sechsten Punkt steht schon dort, ändern Sie den Namen vom letzten Tabellenblatt auf sortiert nach Artikelname. Also Doppelklick auf die Tabelle, sortiert nach Artikelname und wieder mit Enter bestätigen. So können wir, wie gesagt, ganz einfach ein Tabellenblatt komplett kopieren und eben wieder ans Ende einfügen. Unten den Namen vom Tabellenblatt mit Doppelklick umbenennen und mit Enter bestätigen. Wie ihr seht, es bleiben alle Formeln, alle Inhalte, alle Relationen, alle Spaltenbreiten erhalten. Das heißt, so würde ich es euch empfehlen, wenn ihr etwas noch einmal braucht, zu kopieren und einzufügen. Der siebte Punkt. Wechseln Sie zum Tabellenblatt sortiert nach Preis und sortieren Sie die Liste nach dem Preis absteigend. Wir klicken unten auf sortiert nach Preis und in meinem Handout, was ich euch da vorgegeben habe, habe ich schon erklärt. Für alle, die aber jetzt erst in diesen Dokument einsteigen, will ich noch einmal kurz herzeigen, wie man richtig sortiert. Es ist egal, wonach ihr sortieren wollt, meine Empfehlung ist, bitte nicht oben irgendwie Spalte markieren, weil dann habt ihr hier zwei Zeilen mit markiert, die wir gar nicht brauchen in dieser Sortierung, sondern egal, wonach ihr sortieren wollt, klickt bitte immer in die erste Zelle von der Tabelle, die ihr sortieren wollt, in dem Fall A3 Artikelnummer und auf der rechten Seite oben habt ihr die Möglichkeit zu sagen Sortieren und Filtern. Wenn wir auf Sortieren und Filtern klicken, können wir dort bitte immer auf Benutzerdefinierte Sortieren gehen und ich schiebe es mal runter, dass wir es sehen. Excel erkennt in dem Fall automatisch, dass unsere Liste eine Überschriftszeile hat, nimmt diese aus der Markierung weg und markiert uns sonst die gesamte Liste, die wir sortieren wollen. Das ist genau so, wie wir es brauchen. Hier könnten wir Daten haben Überschriften anklicken, falls Excel nicht erkannt hätte, dass das eine Überschriftszeile ist und sobald Excel das aber erkannt hat und hier das Hakel gesetzt ist, können wir hier sagen Sortieren nach. Und hier kann man jetzt auswählen aufgrund von den Überschriften, wonach wollen wir diese Liste sortieren. Wir sind am Tabellenblatt sortiert nach Preis, also wollen wir nach Preis pro Stück sortieren und dann haben wir hier noch die Anweisung bekommen, es soll absteigend sortiert sein. Das heißt, hier haben wir Reihenfolge nach Größe, nicht aufsteigend, sondern absteigend. Wenn es dann zwei gleiche Preise gibt, könnte man hier noch Ebenen hinzufügen und könnte sagen, dann soll, wenn der Preis gleich ist, nach Anzahl, nach Bestand sortiert werden, nach was auch immer. Also ihr könnt hier noch weitere Ebenen definieren. Zum Beispiel unsere Kundenliste soll zuerst nach dem Ort sortiert sein und dann soll nach dem Nachnamen sortiert werden, dass wir im Ort immer nach dem Nachnamen sortiert haben. Wir brauchen diese zweite Ebenen nicht und können die einfach löschen. Wir kontrollieren, Preis pro Stück absteigend ist genauso, wie wir es wollen. Wir klicken auf OK und wir sehen dann, dass diese Liste jetzt nach Preis pro Stück absteigend sortiert ist. Der letzte Aufgabenpunkt, wechseln Sie zum Tabellenblatt sortiert nach Artikelname und sortieren Sie die Liste nach dem Artikelnamen aufsteigend. Auch hier bitte wieder gleiches Prozedere. Wir klicken auf die erste Zelle von der Tabelle, die wir sortieren wollen. Das ist A3 und klicken oben bei Sortieren und Filtern auf Benutzerdefiniertes sortieren. Excel erkennt wieder die Überschrift und er fragt, wonach wollen wir sortieren. Wir sollen diese Liste nach dem Artikelname sortieren. Aufsteigend ist A bis Z, das passt für uns, also können wir mit OK bestätigen. Wenn nach A bis Z sortiert wird, kommen zuerst die Zahlen und dann wird nach dem Alphabet ganz normal sortiert. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Viel Spaß beim Üben, bitte einmal selbst probieren. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere kostenlose Videos sehen willst, lass mir ein Like hier und abonniere bitte den Kanal. Bis zum nächsten Video.